Hallo, schön dass du dabei bist. Es ist endlich soweit. Die nächsten drei Räume sind online und wir können die Power Course suchen. Wir gehen wieder in unseren Urmenü, auf Challenge. Hier bei View All Rooms gehen wir ins Silence Department. Im Science Department angekommen, müssen wir hier hinten rum. Wir erhalten ja für jedes Geschenk Credits. Und der Credits Shop ist endlich geöffnet. Hier können wir die Credits ausgeben. Aber wir werden uns jetzt noch ein paar Credits verdienen. Wir gehen hier auf View All Rooms. View More. Hier ist Snowball Striker. Viel Spaß. Wir sind angekommen. Wir müssen zu zweit sein. Mit dabei ist heute Axel Otel. Axel Otel hat auch einen YouTube-Kanal. Ich verlinke den unten in den Kommentaren. Gut, dann gehen wir mal rüber. Probieren das Spiel zu starten. Ja. Nach langen Suchen. Wir haben nichts gefunden. Wir sind jetzt alle Räume abgegangen. Mehrfach. Naja, willst du noch was sagen, Axel Otel? Über deinen YouTube-Kanal? Ja. Ähm, ne, eigentlich nichts. Über meinen YouTube-Kanal. Ich lade Videos hoch als ohne Ton. Aber ob ich die noch mit Stimme machen werde, weiß ich nicht. Aber ich vermute schon bald. Rack-Room-Videos kann ich leider noch nicht machen, weil der Ton nicht will. Weil das, glaube ich, von Rack-Room nicht gewollt ist. Ja. Mehr habe ich nichts zu sagen. Der Kanal ist unten verlinkt. Könnt ihr mal reinschauen. Okay, dann. Ciao, ciao. Danke fürs Mitsuchen. Tschüss. Schönen Tag noch. Gleichfalls. Ciao, ciao. Danke. Weiter geht's mit Beyonce Atmosphere. Viel Spaß. Im Raum angekommen, geben wir auf Start. Nach der Autofahrt kommen wir dann, landen wir dann hier. Und da vorne sieht man das Päckchen schon. Und hier haben wir das Päckchen. Yay. Weiter geht's mit dem Raum. Hier. Sky Free VR. Viel Spaß. Im Raum angekommen, folgen wir hier diese blaue Spur. In den Wagen hier rein. Den schon da oben. Also hier wieder im Wagen rein. Da vorne seht ihr den Power Core schon. Wenn wir oben angekommen sind mit der Fahrt, gehen wir hier raus. Und da vorne sehen wir schon. Hier ist er. Yay. Wenn ihr mal eine Frage habt oder ich mal irgendwas erklären soll, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Das war das Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, über ein Däumchen würde ich mich freuen. Tschüss und bye bye. Tschüss. 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 Went bei. Tschüss. 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 Tschüss.